Es muss doch schlimm für dich gewesen sein, in Hamburg zu leben, oder? Kein Stück. Hamburg fehlt mir sogar. Echt? Mhm. Aber genau das ist das Problem mit Reisen. Man nimmt immer irgendetwas mit nach Hause und etwas anderes lässt man dann da. Und das vermisst man ja. Der Textilhandel ist nicht das Problem. Ah ja, die Kunden. Immer dieses Betteln. Ich hab es satt. Hinter dem Tresen bin ich auf Augen her. Das mag ich lieber. Deshalb hast du jetzt die Taverne. Ja. Außerdem koch ich gerne. Tina. Wenn ich machen könnte, was ich wollte, dann... Kannst du das nicht? Ivan ist mein Bruder. Wir müssen doch nicht gleich um den Felden schwimmen, oder? Wir müssen doch nicht wieder. Wir müssen doch nicht wieder. Wir müssen doch nicht wieder. Wir müssen doch nicht... wir müssen doch nicht Deafen langs embry resigned, oder? Wir machen Mrs. Dann. Ja? Wir können uns觉 die interesanteer, Vielen Dank.